Ich habe hier mütterlicherseits meine Vorfahren. Ich habe als Kind schon diese Landschaft irgendwie lieben gelernt, bewundern gelernt und ich habe hier mehr Natur gespielt als zu Hause, was ekelweise war. Irgendwie, es war anders. Und dann habe ich das Schloss gesehen und das hat mir so gut gefallen, das war so ein inniges Erlebnis. Und wir haben tatsächlich das Schloss, das haben den Klosterneubauer gehört und den Grundpreis bekommen. Wir haben das eigentlich alles versucht, denkmalpflegerisch richtig zu restaurieren. Ich möchte gerne noch einmal mein Sechs-Tage-Spiel, das ein Work in Progress ist, in einer vollkommen Form. Ich auch. Zuerst proben wir meistens drei Wochen, so wie eine Feuerwehrübung. Es muss in einem Geschehnis geprobt werden, dass es dann wirklich klappt, wenn es brennt. Und es ist auch zum Beispiel so, dass wir immer trocken proben und erst bei der Aktion kommt dann Blut, Fleisch und so weiter. Wie ich jung war, war ich ganz gegen die Jagd. Absolut verstanden. Ich selber könnte ein leidenschaftlicher Jäger sein, wenn ich die Tiere nicht so lieben würde. Und ich glaube auch, dass das Tötungserlebnis auf dem Krieg und so weiter, dass es ein gewaltiges Erlebnis in uns drinnen ist, dass wir das bis zu einem gewissen Grad suchen, dass es aber darum ginge, ein noch interessierteres Erlebnis zu finden, dass dieses Bedürfnis zu töten und zu vernichten überwiegend wird. Und das wäre dann, würde ich sagen, die Liebe. Ich habe mich mein ganzes Leben für sehr sinnliche Malerei interessiert. Sie interessieren Rembrandt, Velasquez, Titian, Rubens, Van Gogh, die Impressionisten. Von dem leite ich auch ganz dick die Farbe auftragen. Mich interessiert die Substanz der Farbe, die Substanz der Materialien. Und darum verwende ich auch Geterne, Fleisch und Blut, weil die Substanzen sind, die uns sehr bedingen. Und dann, die über andererseits gewaltige, sinnliche Empfehlungen zu machen, wenn wir mit ihm nacharbeiten. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020